Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir werden heute gemeinsam mein neues Hobbyhaus auspacken. Das liegt hier vor mir, ihr könnt es noch nicht sehen, aber es ist da. Mega. Hier ist das Paket, oh mein Gott, ich lieb's. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mit Auspacken einfach. Weil, es ist halt riesig. Und, ja, ich würde sagen, ich mach es hier an den Seiten irgendwie auf. 2000 Jahre später. Deswegen muss ich einfach so ein bisschen reißen. Oh mein Gott, ich seh's. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist geil. Na, Mann! Wie oft will mir das denn noch passieren? Oh mein Gott, Leute, look at. Oh mein Gott, hier. Viel Spaß mit... Oh mein Gott. H.T. The Color of My Eyes. Oh mein Gott, voll der schöne Dingsname, Showname. Oder auch einfach Sienna, heißt sie. Ich weiß nicht, ob ich sie umbenennen werde, aber eigentlich find ich's voll cool. Ich werd sie dann immer, entweder werd ich sie, äh, Sina nennen oder Sini. Dings. Also, dann ist hier noch ganz viel Dings drin. Siehst du, dann haben wir hier noch die Trense. Oh mein Gott. Die ist voll schön. Oh mein Gott, die ist mega. Danke. Weil es ist einfach eine Highjump und ich hab eine Highjump und die ist mega hässlich, weil ich die selbst gemacht hab. Aber, oh mein Gott, die ist ja mal mega hübsch. Danke an dieser Stelle. Dann haben wir hier noch einen Knotenhalfter. Oh mein Gott, einfach mein zweites Knotenhalfter. Ich kann nicht mehr. Ich hab eins für Kalle. Thank you for that. Und dann noch Haribo. Kann man immer gebrauchen, not sponsored. Und jetzt machen wir jetzt aber... Ich hoffe, ich hab jetzt nichts, ähm, was ich übersehen habe, aber ich glaub nicht. Oh mein Gott. Sie ist mega schön. Ah, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, schön. Oh mein Gott, sie ist mega süß. Mega hübsch. Sie ist voll cute. Sie ist einfach so süß. Oh mein Gott, ich liebe sie. Okay, jetzt schon. Also, wenn ich sie jetzt auf den ersten Blick bewerten müsste, dann ist sie auf jeden Fall mega zu cute. Sie ist halt so eine kleine dicke auch. Oh mein Gott, voll gemein, aber... Oh mein Gott, warte. Erstes Pick. Also, auf den ersten Blick sage ich einfach, dass sie einfach mega hübsch ist. Also, mir fällt jetzt nichts auf. Also, sie ist halt so ein bisschen schief natürlich, weil es ist halt mega schwer, wie ein perfektes, gerades Hobbyhorst hinzubekommen. Oh mein Gott, sie ist voll hübsch. Ich weiß gar nicht, was ich zu ihr sagen soll. Auf jeden Fall finde ich sie mega. Oh, sie ist halt ein Islandpferd. Und sie ist halt richtig pushlig dafür und richtig gut. Einfach dafür geeignet. Passt richtig zu ihr jetzt. Also, sie kommt schon aus erster Hand. Also, sie war kein Auftrag. Ich habe sie gekauft, weil jemand sie verkauft hat. Und deswegen ist sie auch schon ein bisschen benutzt worden. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da noch um nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.